Vielen Dank für 1.000 Abonnenten auf YouTube. Herzlich bei euch allen für die krasse Unterstützung für jeden, der einen Kommentar geschrieben hat, für jeden, der geliked und abonniert hat. Vielen Dank an euch alle. Und jetzt kommt erstmal ein kleines Best-of von unseren besten Clips von diesem. Ja. Ja, juhuja. Grüße die Arme. Wir haben jetzt deine Trampolin-Test. Ja. 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 Jawohl. Als Dankeschön für eure super Unterstützung haben wir etwas für euch vorbereitet und zwar ein Gewinnspiel. Das ist Auto, Pakete transportiert. Die erste Kooperation ist mit Burscha. Das sind Fahrradreiniger. Dann haben wir noch etwas von Kunstform, Gutschein und Gyro und dazu noch von TheMotion Brand drei T-Shirts eurer Wahl in eurer Größe und dazu noch in Kooperation mit TheMotion Brand, das Lukas Knopf Trick und von Nomai und auch noch was. Also, wir öffnen mal das Paket von Worscha ab für euch und gucken mal, was wir hier so drin haben. Und zwar haben wir hier Spritzsysteme. Spritzsysteme. Ich nehme. So. Pappe haben wir auch noch. Füllmaterial. So. Und zwar haben wir Putztücher. Wir machen drei Sets. Genau. Wir machen drei Sets. Da sind drei Tücher dabei. Hätte ich auch gern. Dann haben wir den Bikewascher. Einmal in die Kamera zeigen. Und Erdbeermilch. Der normale Wascher ist zweimal in einem Set. Genau. Der normale ist zweimal da. Sprich. Ein Set. Der inhaltet. Das alles. Für euch. Wir zeigen es gleich nochmal. Cool. Ja. Davon haben wir drei Sets. Die wir an euch verlosen. Hier nochmal grob. Das ganze. Legs wieder rein. Und dann haben wir noch das Paket von Kursforum. Das machen wir auch nochmal mit euch auf. Damit ihr wisst, was ihr hier dabei habt. Und zwar. Haben wir wieder Pappe für euch. Und. Ein Flyer. Fürs Dirt Festival. Mit Keg drauf. Den wir im letzten Video noch dabei hatten. Yo. 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 So. Und dann haben wir hier einmal. Ein Gyro. Von Shadow. Für euch. Der ist geil. Und. Dann haben wir einmal. 50 Euro. Für euch. Ihr könnt euch irgendwas. Im wahren Wert. Von 50 Euro. Bei Kursforum. Damit bestellen. Und zwar. Haben wir dann. Wie gesagt. Das. Lukas. noch nicht ab. Dazu. Von Mumbai. Germany. Haben wir noch. Die Schuhe. Wir wissen noch nicht. Ob ein oder zwei Paare. Das sind wir noch am abklären. Aber mindestens ein paar. Wird es euch auf jeden Fall geben. Also Leute. In diesem Video. Könnt ihr. Ein Set von Wash Up. Gewinnen. Was ihr hier nochmal sehen könnt. Das besteht aus diesen vier Teilen. Und ein T-Shirt von Emotion Brand. Und ein T-Shirt von Emotion Brand. Es gibt zwei Gewinner. Einer gewinnt das Set von Wash Up. Und einer gewinnt das T-Shirt. Ihr könnt so oft kommentieren wie ihr wollt. Wenn ihr mehr kommentiert. Habt ihr größere Chancen. Und. Die Teilnahmebedingungen sind dazu. Ihr müsst uns auf YouTube folgen. Auf Instagram. Und ihr müsst auf jeden Fall den Kommentar schreiben. Sonst können wir euch ja nicht raussuchen. Das war jetzt nur ein kleiner Teil des Gewinns. Die anderen Dinge. Je nachdem. Deswegen abonniert. Bleibt dran. Und ich würde sagen. Das war es schon wieder mit dem Video. Wir hoffen natürlich euch hat es gefallen. Und ihr freut euch über das Giveaway. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.